Ladies and Gentlemen, rrrrrr, Russipupsik ist am Start und heute kommt eine Challenge, die ihr vorgeschlagen habt, Leute, hier ein paar Kommentare und zwar, wir sollen den Stark-Roboter-Loot benutzen, das heißt, es wird verdammt schwierig, denn es gibt nur eine Waffe, die die Roboter haben und je nachdem, können wir eine Roboterarmee aufbauen und mit dieser komischen Waffe gewinnen, ich weiß es nicht, Freunde, es wird auf jeden Fall extrem spannend, lasst auf jeden Fall ein dickes Like, Abonnier den Kanal, aktiviert die Glocke für diese krassen Roboter-Challenge, auf jeden Fall, Leute, viel Spaß und schreibt die nächste Challenge in die Kommentare, let's go. So, Leute, wir befinden uns jetzt in zu dem Game und heute mit einer krassen Challenge, wie ihr das ja vorgeschlagen habt, nur Roboter-Loot-Challenge und das wird auf jeden Fall sehr schwierig, Leute, denn ich bin heute ein Roboter, ihr seht mein Skin, ich bin heute der Roboter-Chünchen und das ist der Boss, der Boss von den Roboter, der Bossen und auf jeden Fall, Leute, vor mir sind zwei Flugzeuge und hier kennt ihr ja diese Roboter, die rumlaufen und von diesen Robotern muss ich den Loot benutzen, das Ding ist, ich muss erstmal einen Roboter-Tür um dann den Loot aufzusammeln und dann zu gewinnen und das mache ich jetzt folgendermaßen, indem ich auf einer Drohne hier hinten lande und einfach den Roboter dann mit der Waffe von da drinnen töte, guter Plan? Ich denke schon, let's go. Wo ist meine Waffe? Freunde, wir haben, äh, technische Schwierigkeiten, ähm, super Challenge auf jeden Fall, was sie mir hier vorgeschlagen hat, ich wollte nur einen kleinen Roboter töten, damit hier eine Roboter-Waffe aufsammeln kann, ich nenne nur diese Waffe, Leute, vorüber gehen, damit ich den Roboter damit töten kann, aber was ist denn gerade bitte passiert? Die Waffe ist einfach in dem Boden drin und verschwunden oder so, ich weiß es auch nicht, okay, ganz undercover, Leute, da ist der erste Roboter, er sieht uns, aha, oh, er hat uns gesehen, wow, okay, ich hab ihn, ich hab ihn, Jungs, entspannt euch, entspannt euch, du, ich schieße sie kurz kaputt, Freunde, dann haben wir unsere ersten zwei Waffen, das Ding ist, ich wusste, was bei der Roboter-Challenge passieren wird, und zwar einfach nur dieselbe Waffe paar Mal, das ist ja so behindert, Freunde, das ergibt in meinen Augen einfach keinen Sinn, diese Challenge, wie soll ich mit dieser Waffe gewinnen? Ich kann doch nur diese Waffe haben, das Ding ist, es bringt mich sie gar nicht zu töten, weil das einzige, was ich bekomme, ist diese Waffe, deswegen werde ich einfach sie nicht töten, sondern zu meinen Mates machen, Freunde, denn ich denke, zwei Waffen sollten reichen, und wir holen unsere Roboter-Armee, Freunde, wir machen eine Roboter-Armee, wir dürfen nur Roboter-Loot benutzen, wir sind der Roboter-Anführer-Boss, und ja, das wird doch wohl klappen, oder? Wir geben uns jetzt erstmal ein Medikit, Leute, wir haben da vorne noch einen Flug, oh, da ist ein Gegner, Roboter-Armee, der hat aber viel Mut gehabt, hier hinzukommen, da vorne wurde aber nochmal gebaut, ich habe gesehen, es kann sein, dass da noch mehr Gegner sind, Freunde, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, hier diese Roboter noch aufzusammeln, wenn die noch da sind, wäre aber eigentlich eine geile Folge, mit Roboter-Armee durch die Gegend zu attackieren, und damit komplett die Gegner-Hops zu nehmen, das ist vielleicht unser Plan, Freunde, tatsächlich, guck mal, der eine ist ja irgendwo hier gestorben, hat er nicht einen Mates, und der Krabbel da oben? Das war's mit dem, auf jeden Fall, wie sieht's hier aus, hier hat jemand gebaut, aber im Endeffekt zurückgezogen, weil er wahrscheinlich gemerkt hat, ey, Jungs, muss ganz dringend los, ah, ne, da baut einer ab, an der Cover bleiben, an der Cover bleiben, okay, der ist da drin, habt ihr gesehen, wir müssen halt, oh, Boogie-Bombe, okay, brauche ich nicht mal die Boogie-Bombe, was ist denn los mit dir, Bruder, wer bist du? Red nicht mit mir, red einfach nicht mit mir, Bruder, rede einfach nicht mit mir, wie ich den Hops genommen hab, Freunde, wir können jetzt riften zum anderen Flugzeug, die anderen Roboter holen, und dann als Roboter-Anführer die Challenge meistern, Digga, ich werd einfach der Roboter-König sein, Freunde, ich hol mir die anderen Roboter hier, ich hoffe, da ist niemand gelandet, aber ich denke nicht, eigentlich ist es so ein bisschen außerhalb, alle gehen eher zu Iron Man, hier oben sind wahrscheinlich viele Gegner, aber hier, ja, da sehen wir die Roboter, meine Freunde, wir werden die alle tuteln und, äh, zu unseren Mates machen, so machen wir das Ganze, Freunde, ähm, ja, der Loot ist natürlich nicht der Beste, aber, wir sind hier dafür die Besten, Freunde, Okay, einer tot, okay, noch einer tot, wichtig, ganz wichtig, einfach kurz die Roboter töten, bam, bam, okay, wir haben sie getötet, glaube ich, alle, okay, nee, da hinten läuft noch einer, okay, Leute, wir haben alle Roboter getötet, das bedeutet, wir werden jetzt alle hacken und der Roboter-Anführer in diesem Moment werden, und wenn wir das geschafft haben, müssen wir mit diesen zwei kleinen Waffen gewinnen, weil wir werden keinen anderen Loot bekommen, Freunde, das war's mit unserem Loot, was Besseres werden wir nicht bekommen, weil Roboter haben, Roboter, nein, Bruder, nein, einer ist gestorben, Freunde, egal, nicht so schlimm, wir werden den Loot benutzen, so, wir haben nochmal einen schönen Biggie, alles gut, Freunde, alles gut, wir können auch mal eine Roboter-Kisten-Challenge machen, Leute, schreibt es in die Kommentare, sollen wir diese Challenge machen, vielleicht bei 1000 Likes, wenn dieses Video 1000 Likes hat, machen wir sofort diese Roboter-Kisten-Challenge, habt ihr Bock drauf, Freunde, ich hoffe doch, ja, ich hoffe doch einfach, ja, das klingt doch gut, dann mache ich nur diese Kisten hier auf, diese blauen, und dann dürfen wir nur diesen Kisten-Loot benutzen, Baba-Idee, Leute, in einer Challenge eine andere Challenge, ach, mir fällt das jetzt gerade auf, die anderen Roboter sind gestorben, sind die jetzt gestorben, weil ich, äh, wieder andere verwendet habe, und nur drei Roboter haben kann, das sind die Leichen, Freunde, von unseren Robotoren, nein, Roboter, ihr wollt, ihr wollt super, super, aber die Challenge fängt erst jetzt so richtig an, Leute, wir werden riften, unsere Robotoren sind leider so gut wie, ähm, nicht am mitkommen, weil, ich weiß nicht, ob die drei überhaupt schaffen, in die Zone mitzukommen, wenn ich jetzt rifte, aber, Leute, wir werden jetzt riften, und dann endlich mal Gegner attackieren, oh, Jungs, let's go, können Roboter riften, das werden wir jetzt rausfinden, kommt her, Freunde, kommt mal her, ja, und jetzt kommt her, kommt her, kommt her, komm, 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 Roboter, ja, komm, fein, fein, ist vorbeigelaufen, ist einfach vorbeigelaufen, Freunde, Jungs, let's go, kommt rein hier, oh, no, ich bin reingelaufen, aus Versehen, egal, Leute, der Kampf geht los, meine kleinen Robotoren sind unten, ich weiß gar nicht, ob die riften können, aber, Leute, was wir jetzt machen müssen, ist, Gegner holen, und wir haben echt eine scheiße Waffe, die schießt erstens langsam, und zweitens, wir haben keine Nahkampfwaffe, das heißt, auf nahe Distanz erst mal verstecken, okay, was haben wir hier, was uns vielleicht weiterhilft, nichts, perfekt, hier sind aber noch ein paar Robotoren, die könnten wir eigentlich auch verwandeln, mhm, interessant, Freunde, interessant, aber die Frage ist, wo sind sie? Okay, ein starker Roboter getötet, irgendwie ist hier zu ruhig, ich höre Gegner, Superheldengegner, die sind im Tresor dran, ne, Freunde, oh, mein Gott, wir müssen los, Freunde, wir haben das irgendwie überlebt, fragt mich nicht, wie ich das überlebt habe, ich habe selbst keine Ahnung, ich werde mich splashen jetzt einfach, weil das ist meine einzige Chance, jetzt die Kills zu holen, der überlebt den gerade wieder wahrscheinlich, einen habe ich, Bruder, Idiot, Alter, oh mein Gott, diese ganzen Fähigkeiten hier, ey, das Ding ist, ich kann nichts benutzen, Freunde, ich habe meine zwei Waffen von den Robotoren bekommen, aber die Waffen wenigstens in Gold, wäre doch nice, scheiße, ein starker Roboter, meiner, wie kommt ihr denn her, Jux, da seid ihr, meine Robotoren sind am Stahl, Freunde, ey, das ist eine kranke Sache, auf jeden Fall, leider ist hier kein Heelzeug irgendwie, so ein Medkit oder sowas, wäre eigentlich jetzt vorteilhaft, es ist eine krasse, schwere Challenge, ich könnte ja die Roboter Waffen upgraden, Freunde, guck mal, das Ding ist, ich darf ja die anderen nicht benutzen, weil die nicht von den Robotoren waren, sondern aus dem Tresor, aber ich könnte, nein, danke, es wäre, Freunde, alles läuft schief, alles läuft schief, aber wir können ja die Waffen upgraden, zumindest eine davon, dann haben wir eine lila, ne, die ein bisschen mehr Damage macht, oder wir machen sogar eine goldene, aber dafür fehlt uns 200 Ziegelsteine, 200 Ziegelsteine, trennen uns vor der Waffe, Vorsicht, ich habe Ziegelsteine bekommen, Freunde, wir werden es tun, wir werden es tun, es ist gleich soweit, wir werden eine goldene Waffe haben, vielleicht werden wir im Laufe des Games noch die zweite machen, wir dürfen aber keine anderen Waffen aufheben, unsere Robotoren sind mit uns hier am Start, bam, Leute, wichtig, ich höre Gegner Schüsse, und hier kommt Ludrop, und bitte schnell, Ludrop, gib mir was zum Hochheilen, bitte was zum Hochheilen, Brody, bitte was zum Hochheilen, ich habe sehr viele Materialien verloren dadurch, Oh mein Gott, habt ihr das gesehen, ich wurde einfach zu Tode gesnipet, ich wurde einfach zu Tode gesnipet, Freunde, das ist tatsächlich gerade passiert, ich kriege hier Sachen, und muss mir, äh, der ist da hinten im Busch, seht ihr den, da hinten, meine Robotoren könnten ihn abschießen jetzt, Ein Schuss gehittet, 35, ich kann halt nicht pushen eigentlich, meine Roboter, oh, da sind zwei Gegner, die töten meine Robotoren, nein, ein Roboter ist tot, Freunde, der zweite ist tot, die wollen unsere Robotoren umbringen, okay, wir hauen ab, wir hauen ab, wir hauen ab, Freunde, es ist spannend, wie soll ich mit diesen Waffen gewinnen, eine sehr gute Frage, nein, Jungs, halte durch, nein, die töten meine, Jawohl, zwei Hits, wichtige zwei Hits, Jungs, was ist das, eine Golden Mp, ein Big Shield, ein Big Shield, das ist interessant eigentlich, ich glaube, Was geht ab, Bruder, Matt, der hat uns Matt's gebracht, Leute, der hat uns vielleicht die entscheidenden Matt's gebraucht, die wir brauchen, Matt's, 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 wieso hast du keine Matt's, Bruder, okay, Freunde, wir haben Schwierigkeiten, wir haben Schwierigkeiten mit dieser komischen Challenge, wir haben sehr große Schwierigkeiten, die einen der hinten, lasst uns einfach nicht in Ruhe, hier ist nächstes noch ein Big Shield, das könnte uns retten, da oben sind Gegner, Wir müssen uns auf jeden Fall kurz einbunkern, ich hoffe, man, da oben sind keine, ey, jetzt lebt nur noch ein Roboter von uns, Freunde, es lebt einfach nur noch ein Roboter, der einfach mal ein Gebautes kaputt macht, bester Mann, danke dafür, Bruder, scheiß drauf, mach alles kaputt, Bruder, alles egal, ich sehe die da hinten rumlaufen, ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist, den ich mache, aber ich kann, ich habe Movement Items, ich kann wegkommen, da oben sind auf jeden Fall viele, gesehen, scheiße, 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 ich weiß nicht, was tun soll, Freunde, wir müssen den Busch-Taktik machen, wir müssen den Busch, oh, da ist ein Fight, mit Tor und so, oh, mein Gott, da geht's richtig zur Sache, und ich habe einfach keine gescheiten Items dafür, aber die Mads lächeln mich schon an, gehen hinterher dran, hier haben wir gebaut, Freunde, oh, mein Gott, ich habe ihn, wir müssen schnell den Loot holen, Panik, ich habe Panik, Freunde, ich habe Panik, ich musste kurz weg, ich musste kurz weg, wir müssen ganz clever spielen, die Sache, der will ihn bestimmt wiederbeleben, oh, mein Gott, der hat ihn gehittet, Ich kann da nicht drinnen bleiben, Freunde, ich muss die ganze Zeit weggehen, ich habe Angst, Mann, das ist eine harte Challenge mit diesen Items, er hat ihn auf jeden Fall wiederbelebt, glaube ich, scheiße, ich habe den Kill nicht bekommen, ey, Leute, wir müssen an der Cover bleiben, unser Roboter ist eben noch am Start, oh, mein, unser Roboter geht in den Kampf, unser Roboter steht da vorne einfach, Bruder, was machst du, Bruder, geh rein, hol ihn, oh, mein Gott, Oh, mein Gott, oh, mein Gott, ganz wichtiger Kill, Bounce Pads hat er mir gegeben, wieder Movement Items und Mads, Mads sind am Start, Freunde, vier Gegner noch, die Challenge ist hart, Leute, mit Roboter-Only-Lootscheid, sprich ich euch ehrlich, hätte ich mir nicht so hart vorgestellt, da oben läuft er hoch, ey, wir sind genau hinter einem Team, das ist so perfekt, Bullshit, oh, mein Gott, Oh, mein Gott, das sind die letzten zwei Gegner, ich kämpfe gerade gegen die, ich habe halt keine Pump Oh, mein Gott, ich habe ihn, ich habe ihn, mit der Falle Oh, mein Gott, Digga, das ist einfach so eine schwitzige Challenge Oh, niemals habe ich das geschafft, Leute, die krasseste Challenge überhaupt, lasst auf jeden Fall ein dickes Like, da teilt das Video mit euren Freunden und schreibt die nächste Challenge in die Kommentare, sollen wir die Roboter-Kisten-Challenge machen Oh, mein Gott, bis zum nächsten Mal, euer Russik-Pupsi-Critico-Zentro-Sack, ciao